Guten Tag meine lieben Leute! Willkommen zurück zu Mega Man Powered Up! Im letzten Part haben wir Bomb Man besiegt und Bomben zerstören Eis? Wumke? Bringen sie zum kaputtgeben? Bringen sie sowas? Ice Man? Ice Man Stage! Ich habe auf diesen Moment nicht gewartet! Ja nicht gewartet! Ich hasse Ice Man Stage! Aus ein paar Gründen! Und die sind legitim! Ich erzähle diesen Scheiß nicht nur um Deuce zu bekommen, ja? Obwohl... Ich gehe halt die Fresse, dass wir zu kontravers... Nee, aber Ice Man Stage hat die zwei beschissensten Gimmicks im Spiel! Erstens... Joko-Blöcke! Oh, Freude! Da kommt Freude auf! Und da sind doch diese Ficker! Die bewegen sich, wie sie wollen! Und denken, alles ist in Ordnung! Aber nein, sie ist nicht in Ordnung! Ich muss ja irgendwann doch noch in... So Ice Man Boom, ihr... Ihr... Ihr Flach-Wichser! P.K., das soll eine Kindershow sein, ja? Was, seit wann soll das eine Kindershow sein? Wie, und... Was laberst du? Das ist FSK 18 hier! Weißt du das nicht? Du bist auf meinem falschen Kanal... Oh... Okay, noch mehr von denen... Und ich feile wie der King! Burger King! So... Hätten wir den einmal erledigt... Diese... Diese Sprünge! Die Sprungmechanik in Mega Powered Up ist ein bisschen verkorkst! Die Sprünge sind ein bisschen zu eng für meinen... Für meinen Geschmack! So richtig eng einfach! Oookay! Jetzt geht die Scheiße los! Weil der bewegt sich nicht so, wie ich will! Obwohl das ging eigentlich... Joho! Ja, Iceman... Slippery... Muss ich gar nicht erwähnen, oder? Ich dachte ich schaff's! Ah maaa... Wieso... Dieser... Ja, ernsthaft? Das ist... Kannst du mich zu sterben! Geht doch! So... Und jetzt... Kommt der Bill! Hinter der Tyler, Leute! Hey... Ich bin ernsthaft! Die... Die bewegen sich! Wie... Sie wollen! Ist egal! Die machen was... Die machen das... Was ihnen gerade in den Sinn kommt! Und die haben keinen Sinn! Also sind sie komplett random! Und dann denkt man, man schafft die Sprünge vielleicht! Wenn man sich anstrengt! Aber nein! Man kriegt's nie hin! Man kriegt's einfach nicht hin! Dann muss man 10 Stunden warten! Muss man 10 Stunden warten! Bis die endlich mal so stehen, dass man dort rausspringen kann! Und das ist nicht das letzte Mal, dass wir dir sehen hier! Ist nicht das letzte Mal! Haaa! Man merkt, ich freue mich! Ich erlebe frei! So... Der ist da... Und da oben sollte... Wach! Greift den Kopf an, dann stehen die schneller! Äh... Was ich noch nicht erwähnt habe... Mit N&R kann man die Waffen ganz schnell ätzeln! Und das feiere ich! Bei euch, wenn du dich... Ein Platz! Und das für mich! Und... Wach! Da ist nichts gefährliches behinder, Sir! Oh... Wach! Ich glaub' mir! Iceman! Iceman agiert so wie im Originalen, aber ich finde, er hat so einen richtig interessanten Charakter. Er ist nämlich, wie heißt das, wo man zwei Persönlichkeiten in einem hat? Er hat nämlich einen General und einen Soldat. Und der General redet dem Soldatnehmer ein, dass er alles geben muss. Der Beste sein. Das finde ich einfach komplett interessant. Aber trotzdem mit Hyperbomb kein Problem. Und von Iceman bekommen wir... Ice Slasher. Dreht Gegner ein und man kann sie nochmal beschießen, um sie umzubringen. Kommt auf die Anzahl der Hits an, die sie normalerweise brauchen, um sie umzubringen. Aber man kann sie einfrieren schonmal. Schonmal was Gutes, ne? Einfrieren, yes! Ja, ja. Äh... Fireman war nicht stark gegen Iceman, also vielleicht andersrum? Ne, vielleicht schmilzt das Eis auf Fireman und das wird dann zu Wasser und das ist dann... vielleicht ist das das. Das ist meine Theorie. Aber wer weiß! Wow. Ich weiß nicht wieso, aber diesen Remix feiere ich voll. diesen Fireman Stage Remix in Mega Man Powered Up. Der hat einfach was. Ja, ich war jetzt kurz still, um euch die Musik zu hören zu lassen. Deswegen habe ich... Währenddessen habe ich Ice Slasher benutzt, um Feuer einzufrieren. oder ist das Lava? Ich bin mir nicht sicher. Könnte Lava sein. Warum heißt... Warum heißt Fireman nicht Magma Man oder Lava Man? Wäre viel passender eigentlich. Die Dinger... Oh! Geil. Ah, was geht denn hier? Ah... So, mit Waffenenergie brauche ich nicht. Die Dinger sind ein bisschen nervig, weil... Ah! Was geschieht hier? Was geschieht hier? Was? Was geschieht hier? Holy Shit. Äh, dafür brauchen wir Time Slow? Nein! Nicht mal! Dafür brauchen wir Time Man! Time Man! Time Slow! Man Slow! Man Slow! Man Slow! Ja, genau. Man Slow! Äh, die Stelle kann ein bisschen tricky dickies sein, weil... Wenn man nicht mit den Dingern rechnet... Oh! Ihr, ihr pflügt sowas von in die Lava! Das glaubt ihr nicht! Äh... Es ist wie bei... Ich glaub, Dustman Stage aus Mega Man 4, aber das ist auch so, dass am Anfang... Am Anfang der Stage, da waren diese Löcher, da denkt man sich, okay, springe ich einfach rüber. Und... Dann kommen da so Gegner raus, die treffen einen, und man ist unten! Im bodenlosen Loch! Party für die ganze Familie! Im Original Mega Man habe ich nie gewusst, wie ich unbeschadet an denen vorbeikomme. Hier ist es wenigstens möglich! Obwohl ich unfähig bin! Ey! Checkpoint! 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 Wäre sowieso eine normalattacke also, das wäre echt nicht. Mhm... Hier, gegen irgendwas! Einfach hitten lassen und dann springen, ne. Das ist die beste Taktik ever. Ah! Oh Gott, ey. Ähm... You want some Bombs? Flamboid, Rope? Bombs? Health refill? You want it? It's yours, my friend. As long as you have enough groups. Das war mega dumm von mir. Warum? Nein! Man muss ihnen das scheiß Auge ziehen und damit verschwende ich so viel Eislöscher daran. Dumm. Ich glaube, ich habe noch genug für Fireman. Ach, und wo wir gerade von Fireman reden? Wir sind bei Fireman angekommen. Meister der Überleitung, ein hier. Leil. Warni! Feuer! ESTH that high! Warni. Fireman, warum tdirend du nicht machen? Ich habe nichts für dich getan. Mit der Feuer und Justiz bin ich sicher, dass du schweig bist! Feuer! Oh, Feuer! Fire! 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 Super-Special-Ultra-Sexy-Fox-Tot-Move. Oh, ich bin aus Eis? Ich bin aus Fleisch? Ich habe keinen Eis-Leischer mehr. Wunderbar. Das ist echt toll. Aber er geht trotzdem dauernd wie dickleine Bitch! Und von Fireman bekommen wie eine Wasserwaffe. Nein, Scherz. Wir bekommen... Firestorm! Greift nicht nur Gegner an, sondern er schafft noch ein Schild und muss herum. Sehr coole Waffe. Obwohl sie eigentlich das Gegenteil von cool ist. WUAH! 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 Die letzten beiden Robotmasters werden im nächsten Part ausgeschaltet. Bis dahin! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!